Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Meme-Update-Video. Ihr seht schon, es geht um Vloggers. Ich habe euch das Projekt schon mal vor, ich glaube, zwei Wochen mal etwas genauer vorgestellt. Wollte euch jetzt hier nochmal so ein kleines Update dazugeben, dass der Pre-Sale mittlerweile jetzt knapp eine Million US-Dollar eingenommen hat. Ich glaube, beim letzten Stand waren wir bei 600.000. Also ihr seht, es geht in langsamen Schritten, aber es geht voran. Also der Vergleich zu Pepe Unchained, muss man natürlich auch mal sehen, Pepe Unchained hat 20 Millionen oder über 20 Millionen Dollar mittlerweile angenommen. Da sind wir bei Vlog auf jeden Fall noch ordentlich, ordentlich entfernt. Trotzdem, der Pre-Sale läuft noch. Es ist hier ein ganz normales Meme-Projekt. Es ist schwierig hier wirklich, ja, was Ernstes darüber zu sagen, beziehungsweise euch das Projekt hier zu erklären. Meme ist Meme. Das muss einfach jedem klar sein. Wir können uns gerne nochmal die Tokenomics dazu angucken. Token Breeding 25%, Flock Vault 25%, Exchange Fuel 10%, Early Bird Catch 20%. Die Tokenomics, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, gefallen mir deutlich besser sogar als bei Pepe Unchained oder bei den anderen Meme-Projekten, was ich euch bis jetzt so ein bisschen vorgestellt habe. Da muss man den Leuten mal zumindest, ja, ein klein bisschen Mut zusprechen, beziehungsweise auch mal was Positives dazu sagen. Aber wie gesagt, es ist hier einfach Meme-Coin. Es geht darum, das Ding zu kaufen mit wenig Geld. Also hier geht es wirklich um wenig Geld, nicht hier Ersparnisse oder sonst was. Das gehört nicht in ein Portfolio. Es geht hier wirklich nur um Geld zu machen, schnell Geld zu machen, das Ding zu kaufen und sobald der Launch ist, ihn sofort wieder zu verkaufen. Das ist der Sinn und Zweck von Meme-Coins. Mit mehr würde ich damit nicht handeln, beziehungsweise würde ich das Ding jetzt hier auch nicht dann in Staking oder in sonst was tun. Das ist nämlich genau das, wo dann die meisten eben Geld verlieren. Und da muss man einfach offen und ehrlich dazu sein. Wir haben zwar hier eine Roadmap, dass es hier natürlich den Pre-Sale gibt, bla bla bla, globaler Flockstreit, dass man hier versucht, eine weltweite Initiative, also einen Push. Du brauchst bei Meme-Coins natürlich auch einen Push, der das Ganze ja natürlich auch ein bisschen vergrößert, damit die Leute Aufmerksamkeit kriegen auf dieses Projekt. Ja, dann im zweiten Schritt noch mehr Aufmerksamkeit. Es wird versucht, mehr Influencer, sage ich jetzt einfach mal, für das Projekt zu begeistern, beziehungsweise da zu bekommen und es auf Ethereum dann zu launchen. Aber wie gesagt, guckt euch das gerne mal an. Ich habe es euch das letzte Mal schon gesagt, es gab ja sogar eine kleine Comic-Geschichte und sowas. Finde ich eigentlich ganz nice gemacht, beziehungsweise ganz lustig. So ein bisschen auf Simpsons-Art, wenn man das so sagen darf. Aber gut, ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, Staking, wie gesagt, würde ich nicht machen, würde ich euch nicht empfehlen. Staking, kauft das Ding und verkauft es sofort wieder. Staking ungefähr gleich wie bei Paper Unchained, auch um das nochmal ganz kurz zu sagen. Wenn ihr hier oben auf den Jetzt Kaufen-Button klickt, habt ihr natürlich die ganz normalen Möglichkeiten, Wallet Connect zu machen, Metamask, Coinbase Wallet etc. und könnt dann hier Flockers auch noch kaufen. Wie gesagt, Presale läuft noch ein bisschen. Wir haben erst hier eine Million eingenommen. Ich denke, sobald wir hier bei 2, 3, 4 Millionen sind, wird es dann auch nochmal deutlich zügiger vorangehen. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das gekauft habt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall hier minimal was investiert für unser kleines Meme-Experiment. Wenn ihr das Ding auf Telegram, Twitter bzw. X folgen wollt, könnt ihr das gerne auch hier noch machen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.